hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von dead by daylight mit dabei wie immer flöckchen rika und strahlemann so immer mein killer aus ja wir hatten gerade so ungefähr 20 25 minuten probiert überleben mit deinen freunden zu machen aber irgendwie will keiner killer sein und dann haben gesagt ja dann machen wir halt normal weiter leider andere wärmer schön gewesen das wäre lustig ja ist halt wie es ist aber na gut dann können wir machen welchen welchen mörder nimmt er denn bestimmt wieder die voodoo schrolle oder michael ich befürchte es bestimmt herr meyer herr meyer großes m und kleine kleine schleier schleier er musste immer schreibtisch aufräumen ja wie aus du siehst wie rum du läufst ach wir sind mit die stiefel geschwollen dass sie nicht in die füße hinein wollen das ist ein karnevals wie aus der schalmei wer kennt von euch noch die schalmei das war so ein liederbuch ach ne kenne ich nicht was seid ihr für menschen böse menschen ja ich bin gar kein böser mensch dazu sag ich nur 1 1 1 ich habe aber noch eine lebensweisheit die ich hier zum besten geben kann oha scheiße in der lampenschale gibt gedämpftes licht im saale und bolle freut sich aber trotzdem hat sich bolle ganz köstlich amüsiert ja genau scheißen dreck hallo hast du mich gar nicht gesehen sag mal ich hallo ne kami ja ich habe mit der ice-tintel deportiert ja aber ich bin direkt an dir vorbeigelaufen ja ich habe mich da zum dings gerade hin teleportiert ja dann bist du mir entgegen gekommen immer diese teleporter bist du doof alter geh weg leider nein nein doch oh hallo lauf rieke lauf blick nicht zurück und lauf ohne mich lauf kann ich eigentlich mit dir runterspringen irgendwo ich habe einen perk noch an für mich gesehen sorry die sich einfach umhauen vom killer mann 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 hi ciao tschüss haben wir gar nicht runter will da mal ein bisschen schneller du schrulle schrullige schrulle na gut dann schauen wir doch mal bleib mal wo du bist kam nie setz dich mal hin trinkt ein testchen tee mach dir einen gemütlichen tag so du musst gar keine überlebenden suchen musst du nicht ne muss ich nicht achso ich dachte das muss ich in dem spiel nein 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 du spielst das falsch du musst einfach nur die augen zu machen und du wartest einfach ab genau ach so geht das genau mhm irgendwann kommt dann jemand der nimmt dich bei der hand und führt dich raus genau das ist aber nett ja kriegst dann auch so ein hübsches jäckchen an das ist auch wo man die ärmel auf dem rücken zu macht eine hart mich liebweste genau oh schreckt mich doch immer bei dem scherzviechter verdammte hacke ich hab's heute wieder drauf verdammte hacke der ist ja wirklich hinter mir natürlich 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 oh guck mal was haben wir denn da einen haken das siehst du falsch ein ein haken ich will mich umdrehen hinter dir ist einer mit einer shotgun hm ja passiert du bist aber nicht gleich tot oder nö nö aber gehst du mal weg hier geh ja schon naja mit zeit nicht erschrecken wenn irgendwer kommen würde oh scheiße wow oh jetzt kommt der keine hin für den machs weiter generatoren opfer zu mir auch oh wenn du dich schon anbietest wieso hat er wieder so ein schönes mal bei dir auf dem boden hingebastelt ja mhm war nah genug dran um sich zu teleportieren anscheinlich ja ja aber nicht die ganze zeit bin den extra hingegangen ein stück aber man muss auch nicht wirklich direkt über das mal drüber laufen habe ich gerade festgestellt es reicht wenn man so in der nähe so es reicht ne rot in der nähe ist ja ja der ist nicht da den siehst du nicht doch den hab ich gesehen ärgerlich 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 ja macht in der tat will ich schon kämpfen mhm 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 Nein, das ist ja das Problem für dich. Ach, das ist ein Problem für dich, okay. Wieso, dann muss er halt woanders lecken. Nein! Nein, du bist gerade hier! Ja, ich weiss! Ich hab schon die Tastatur mir vergewaltigt als sonst was. Verdammt, verdammt, verdammt. So ein schwefelschwache Shitkram. Ich warte in einer besseren Welt auf euch. Das hat dir gewünscht. Meinst du, dass die so viel besser ist? Ja, da bist du nicht. Dein Scheißernst, Daniel. Dein Scheißernst. Was denn? Ach, Fuckedieb. Alles muss... Ahhhh! Uh! Tschüss! Tschüss! Ah ja, dieses... Ui! 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 Dachte nicht, dass Rikas Taktik so gut gerade funktioniert. Oh Scheiße, sagt er mich! Lauf! Lauf! Wisst du ihn jetzt? Die scheiße Maisfeld, ey. Ach Mensch, Hannett! Scheiße! Das Maisfeld ist echt irritierend, wenn du als Killer rumläufst. Das war mal lustig eben. Einfach ne Säge und alles wegholzen. Ja. Hab ich nicht. Ja. Dein Pech. Ja. Pöckchen ist auch fünf Kilometer weg. Ich glaub, das können wir jetzt abschreiben. Ja, ja. Gleich ist die Riga eh frei. Ich kenn' den. Ich bimmel hier mal so rum. La 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 la. Ba bimmela bammela bumm. Scheiße! Na, das wird ein bisschen heikel, würde ich sagen. Hallo! Ja! Der Kami ist heute gut drauf. Ich wollte grad mal hier machen und ich hör' doch hier was. Au. Nee, du willst mich gar nicht anhaken, ey. Doch, doch. Nein, nein, wir sind doch Freunde. Oh, okay. Du ist aber aus. Mit Freunden macht man sowas? Mit Freunden kann man auch spielen. Ist das dein Ernst? Guck mal, ich spiel mit dir. Die erste Runde war nicht so gut. Das war immer die erste Runde. Geht man immer am Killer. Ist mir schon aufgefallen. Dass ich da alle wieder eingespielt hab'. Wozu noch kämpfen? Genau. Wozu noch kämpfen? Ja, ja. Ja, mit seiner guten Schwule. Die erste Runde war ja schon mal, war ja schon mal gut. Ja. Wir haben dich nur gewinnen lassen. Wir haben dich nur gewinnen lassen. Achso. Ja, okay. Als ob. Was soll's? Was soll's? Was soll's? Was willst du tun? Na, war es ist nicht. Nein, mein Mauszeiger ist weg. Du bist ein echter Gangster. Na, war es ist nicht. Na, war es ist nicht. Wie… Das kann noch ein bisschen dauern, weil ich habe nämlich gerade mein Mauszeiger nicht und ich muss gerade mal so gucken wo ich den verloren habe. Der hat ja den den schon wieder geklaut. Ja, komm, ich war doch gerade da, na, ach, komm, in die Lobby, na komm, hallo, Lobby, da, ach, warte mal, die Katze will raus, oh mein Gott, das arme Tier, alter, ja, 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 komm, was tut es da, das Kami, ja, es ist schwer, wenn ein Mauszeiger nicht hat, einfach aufzuklicken, so, was nehmen wir denn mal, das ist, ja, nein, ja, nein, vielleicht, ja, nein, ja, nein, vielleicht, Könnte nicht noch mal ganz kurz sein, da wollte ich gar nicht hin. Was, wer bist du denn? Wer ist er denn? Ich bin der Neue im Spiel. Der Neue. Schubs! Leck mich, du Arsch! Später. Achso, was? Schweine. Ferkel. Nee, ausgewachsene Schweine. Schafe. Mäh. Wo, einer fehlt noch? Ein, nee. Was? Ich hab doch eben gedrückt, was ist denn da los, sag mal. Nee, hat du nicht. Ihop! Wenn ich doch sach, ich hopp, dann hopp ich. Aber hast nicht. Aber hast nicht. So, ich hab jetzt das Krümelmonster. Oha. Vertreibt das Kekse. Folgt meiner Keksspur. Kekse. 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 Leute, wenn da irgendwo an dem Kuchenhaus rumsteht, ne, geht da nicht hin. Er hat ja nicht die Hexe. Hänsel und Gretel, ja. Schieb euch in den Ofen. Hänselen und Gretelen röxte Böckse in die Gehölzinnen. Ja. Rapante, Rapante. Latte Hagedarte. Ja, genau das. Das kann, äh, Strahle kann doch, äh, das... Grottus brennen. Das kann Shifty so gut, äh, nachmachen. Deins Grottus brennt? Ja. Kami, das tut mir sehr leid für dich, aber das wollte niemand von uns wissen. Hm. Scheibenkleister. Er hat die kranke Schwester. Mein er den Geist. Mein er den Geist. Oh my goodness. Shocking. Ich hab gedacht, ich wüsste, was für, was für Dings ich da hab. He is a ghost. Ah! Und er hat schon wieder Strahler als erstes erwischt. Wie geht das denn? Ja. Ja. Ja, wenn er neben mir steht. Dann bin ich neben ihm stehle und stehle und dann auf einmal da mich sichtbar mache. Wenn dies dann das und wenn dies nicht dann jenes. Aber ihr könnt den ruhigen Generatoren machen, er jagt mich. Das Problem ist, wenn ich mal einen finden würde, dann täte ich das ja gerne machen. Dann tut ihr das doch mal. Leider Gottes. Aber leider. Wenn das wirklich und wenn ich wäre, wären wir alle Millionär. Ernsthaft? Ja. Ah! Fuck. Jetzt hab ich ihn wieder dreht. Ganz schön nicht ernsthaft. Wenn ich eine Träte hätte, würde ich tröten, bis die Träte nicht mehr träten täte. Genau. Ja. Ich hänge mal so rum. Ja, ja. Schnie, schna, schnappi. Ich hab heute keine Lust auf Generatoren, hab ich beschlossen. Hallo, Rika. Guckuck. Huch. Achso, Wand. War hier schon irgendwo was? Oder ist schon fertig? Der hat schon, der da ist, der ist schon... Achso. Der ist schon verschnörst, dieser Raken hier ist. Ja, ne, deswegen hab ich gedacht, das wär die, die kranke Schwester, weil der auch so eine Dinger hat eigentlich. Liegt anscheinend an der Hirnanstalt an der Map hier. Hm, wahrscheinlich. Ja. Möglich ist es. Ist das ein Witz? Sind alle wirklich fünf Kilometer weit weg? So ziemlich. Ich hab'n Raben hier. Wir haben alle kein Talent. Kannst du mich runterholen, Raben? Ach, scheiße. Er hat mich doch gesehen. Verdammter Blindgänger. Sag mal, immer wenn ich da bin, was ist denn das? Ja, was soll ich machen? Oh nein. Wieso ging das denn so verflüchtig? Was ist denn hier heute los, ey? Oh, wieso ist wir nirgends was? Wieso ist wir nirgends was? Aua. Tut doch weh. Ja, aua. Das hast du auch verdient, du alter. Einer weg, kommt der Nächste. Wie praktisch ist das denn? Ich weiß auch nicht. Oh, scheiße. Ach ja. Das ist nicht unser Tag heute, glaube ich. Nee, das ist irgendwie nicht so geil. Ich könnte auch noch mal rumzappeln. Guck mal, das ist ja ganz praktisch. Guck mal, der ist doch schön. Ach ne, finde ich eigentlich nicht so. Kommst du zu mir, Rika? Inka hängt im Walde ganz still und stumm. Da kommt der olle Kami. Der guckt echt dumm. Tja. Hast du den verdammten Geist? Echt nicht normal, ey. Machst nicht schauen, im Kasten ist keiner drin. Hätte ja sein können. Hallo Kami. Hallo. Geh mal weg, du bist so laut. Ja, ich geh doch auch weg. Dein scheiß Ernst. Ja. Das ist noch nicht wahr. Das ist heute echt. Ah, Rika, komm zu mir. Ja, so ein bisschen. Ich mach mal hier kurz den Ton leiser machen. Ey, das ist ja eine Lautstärke, ist das hier. Guck mal, deine letzte Stimme deiner geschlagen. Oh Gott. Du gehst mir fast gar nicht auf die Sache. Ja, zurück. Verpiss dich. Oh, ist ja praktisch. Hau ab. Geh wo du wohnst. Geh wo du wohnst. Du bist trotzdem hässlich, auch wenn du mich umbringst. Und nutzlos auch. Dumm, faul und nutzlos bist du. Und du hast Mundgully. Und, und. Also ich glaube, du hast einen bandagierten hässlichen Kackarsch. Und deine Mutter hat dich nicht lieb. So. Ach, das war doch. Das war ja aber schon. Das war doch scheiße, ja. Da hast du recht, das war scheiße. Nee, die war, die war super die Runde. Ich fand die gut. Nee, ich nicht. Nein, ja auch nicht so. Weil ich strahle als erstes. Was ist los, strahle? Ja. Ja. Die Rache kommt bestimmt. Und fast Bier. Ja, ich glaube auch. Ja, das war's auch für diese Folge von Dead by Daylight. Und wir sehen uns dann wieder. Ja, in der nächsten. Da ist denn, glaube ich, Rika, ne? Oder Strahle? Nee, war, ich glaube, Vorletzter, oder? Nee, stimmt. Normalerweise Wolfgang als Zweiter, da der nicht bei der Strahle. Nur Strahle. Nur Strahle wieder. Das wird ja wieder spaßig werden. Fett auf. Ja. 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 Ja, danke fürs Zuschauen. Und wie immer, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, Abo, was auch immer. Wird uns sehr freuen. Exakt. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.